Halt, Halt! Moment, Mann. Das geht natürlich einfach nicht. Einfach schwarz-weiss spielen. Wir möchten zwar heute Abend im Zusammenhang mit unseren Oldies ein bisschen vom Beat Club reden. Und den Sound der Riffs, den wir hier vorhin gerade der Anfang gehört haben, erinnert auch ein bisschen an die Musik der 60er Jahre. Aber es ist noch lange kein Grund, einfach plötzlich wieder schwarz-weiss zu senden. Darf ich die Gentlemen noch einmal bitten, das Ganze nochmals in Farbe. Das sind die Riffs mit ihrer neuesten Single, The Fortune Teller. Das sind die Riffs mit der Riffs-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss. Das sind die Riffs-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss-Weiss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020